Wie ist es mit Körperhaaren, wo man die genommen werden, blablabla, blablabla, ich fand es schon am Stuhl sabbern, weil ich gar kein Bier habe. Freunde, verdammt, bleibt im Kanal, ich brauche Bier! Dieses Mal im Angebot Jeva. Dauerwerbesendung. Erstmal Servus meine Plantierten und alle, die noch plantiert werden wollen da draußen. Willkommen auf Frankys Haartransplantation in der Türkei bei Maclean's Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ein ganz kurzes Thema, es wird auch ein kurzeres Video. Und zwar möchte ich mal, weil ich glaube, also ich glaube das Problem ist, wenn ich so über eine HT rede, so, dann fragen sich jetzt schon Leute, was meint er mit einer HT? Haartransplantation. Also wenn ich über eine HT rede, dann rede ich über eine HT. Für mich heißt HT, Haartransplantation. Ich glaube, manchmal vergisst man, was für Fragen haben die Leute überhaupt. Und darum geht das Thema heute, und zwar, wo kommt überhaupt das Her, äh, das, das Her-H, sondern das Haar her. Also, wo kommt überhaupt das Haar her, wo wird es entnommen, wie ist es mit Körperhaaren, wo man, wenn die entnommen werden, blablabla, blablabla, ich fand es schon am Stuhl sabbern, weil ich gar kein Bier habe. Freunde, verdammt, bleibt am Kanal, ich brauche Bier! Dieses Mal im Angebot, Jever. Dauerwerbesendung. Nein, so, Spaß beiseite, ich brauche Bier, habe ich gesagt, und zwar, wo kommen überhaupt die Haare her, das seht ihr in diesem Video, bleibt am Kanal. Zurück, meine plantierten Freunde, heute das Thema, wo kommen die Haare überhaupt her, der sogenannte Spenderbereich ist der Hinterkopf und der Seitenbereich. Man darf nur Körperhaare entnehmen, das wissen die wenigsten, die Seiten und der Hinterkopf, das sind Körperhaare, der Oberkopf, das sind Kopfhaare. Genetisch bei Männern fallen die Kopfhaare aus. Es gibt keinen erblich bedingten Haarausfall oder genetischen Haarausfall, wo die Spenderbereiche ausfallen. Deshalb werdet ihr immer Großväter sehen mit einem Haarkranz, ganz einfach, das wissen die wenigsten, Körperhaare, Kopfhaare. Verpflanzen können wir also die Körperhaare nun von den Seiten des Kopfes auf den Oberkopf. Wir pflanzen quasi um. Hier wird rausgenommen, hier wird rausgenommen, rausgenommen und an der Zahl 4000 Wurzeln, Grafts, und die werden euch in den Oberkopf eingepflanzt. Zum Beispiel, wie bei mir, die Haarlinie, schön dicht gemacht, in der ersten Operation, in der zweiten folgt dann der Hinterbereich, wo wieder die Haare an den Seiten rausgenommen werden. Aber wie verhält sich das jetzt mit Körperhaaren? Wie verhält es sich mit Körperhaaren und warum ist es nicht wirklich ratsam, Körperhaare zu verwenden? Auch wenn es in anderen Foren und anderen Leuten, die immer wieder sagen, hey, mach doch Körperhaare, das ist doch total einfach. Hey, hör mal, das braucht ja nur dicht sein, denn sieht man, nimm doch einfach 5000 Körperhaare und lass sie einpflanzen. Ja, ist möglich. Sobald ich Haare an deinem Körper entnehme, bleiben Narben. Schultern, Nacken, Beine, Bauch, Brust, es werden immer Narben bleiben. Kleine Punkte, die bleiben. Und da muss man halt ganz ehrlich sein, möchte ich die Narben haben? Jetzt sagt ihr, wieso, ich habe am Kopf doch auch keine Narben. Doch habt ihr, ihr habt Mikronarben am Kopf. Wenn ihr euch jetzt eine Glatze rasiert und habt eine Haartransplantation gemacht, könnte, nicht immer, aber bei manchen Leuten, bleibt man, oder das fachmännische Auge würde es sehen. Nennen wir es mal so. Ja, deswegen decken unsere Haare das ja ganz gut ab. Durch die Dunkelheit, durch das Pigmentierung, durch eine Pigmentierung so bei Leuten, die drei, vier, fünf Millimeter haben, da pigmentiert das ja durch und dann sieht man das natürlich nicht mehr, ist das weg. Aber generell, bei Körperhaaren bleiben Narben drin und deshalb, also das heißt, wir nehmen und fassen mal kurz zusammen, Haare ist der Spenderbereich rechts und links und hinten. Von Körperhaartransplantation will ich mal absehen. Das müsste man aber auch individuell mit dem Arzt abklären. Also wenn ihr zum Beispiel bei Medical Exclusive, zum Beispiel, wo ich war, da irgendwie eure Transplantation macht, würde ich es einfach abklären mit den Ärzten oder mit dem Arzt oder mit der Ärztin. Je nachdem, wer euch operiert dort. Ja, gut Freunde, das soll es auch gewesen sein, weil ich möchte mal so eine kleine Serie starten, weil das Problem ist, wir reden immer von HT und ich setze immer voraus, dass ihr alles wisst. Und dann kriege ich irgendwie per Facebook oder irgendwie per WhatsApp oder irgendwie per irgendwelchen Messenger, kriege ich mir mal eine Frage, sag mal, wo werden überhaupt die Haare entnommen? Wo ich dann denke, what the fuck, klar, ist auch mal eine Frage, die man einfach mal den Leuten erklären soll. Also wie gesagt, ist halt nur eine Kleinigkeit, aber ich glaube, ist auch mal erwähnenswert, weil die Leute, die sich für eine Haartransplantation entscheiden oder das suchen, die suchen ja gezielt nach diesen Fragen und auch die Kleinigkeiten möchte ich mal beantworten. Freunde, bleibt am Kanal, denkt dran, Frankie fliegt wieder in die Türkei und lässt seine Haare transplantieren. Freunde, es wird interessant. Am 16. habe ich mal eine Operation, dann knallt der Kanal nochmal richtig schön hoch, also abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, sagt euch euren Freunden, hey Mann, da ist so ein kleiner Knilch, ja, der erzählt euch irgendwas über Haartransplantation, abonniert den doch mal, weil das ist Win-Win-Situation. Ich habe dadurch so ein bisschen was an Geld, ist jetzt nicht die Welt natürlich an Geld, weil die Werbung, die ich hier schalte, das ist nicht die Welt, aber dafür mache ich halt kostenlose Videos für euch, wisst ihr selbst und das finde ich halt ganz interessant. Und dann wird am 16.11. nämlich der Kanal nochmal hochplatzen, wenn sie mir wieder eine Glatze rasieren, wenn ich auch mal ein Experteninterview machen kann, wenn ich mal mit dem Dolmetscher zusammen mal eure Fragen stellen kann. Ihr könnt auch immer unter jedes Video mal eure Fragen stellen, die nehme ich dann mit in die Türkei und dann werde ich den direkt damit konfrontieren, wie sieht wo was aus, wie, damit der Experte mal antwortet. Muss ich mir noch überlegen, wie ich es ganz genau mache. Freunde, denkt an unsere Gruppe bei Facebook, Haartransplantation, Erfahrung und Austausch, wir sind 850 Mitglieder, ungefähr kann auch 830 jetzt sein, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Freunde, kommt da rein, alle die plantiert werden wollen, ey, die Leute, die Nix Harinskis, ja, die Waramaha da, die Leute, die sich interessieren, die haarig werden wollen, diese Gruppe ist wirklich geil. Von Privat für Privat, nur keine Firmen. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.